Oida, was geht ab, Leute? Team Awelt hier. Speziell Gast Dennis, der Leidende von Team Ragnarok. Heute mit einer kleinen Diskussion. Letztens habe ich eine Deckliste gepostet in unserer Gruppe und Demi, Kojiguro Yuga, ganz komische Frage gestellt und zwar wieso Twin Twister anstatt MST oder anders kommt, wieso MST anstatt Twin Twister, so als hätte er, wie sagt man das war schon, als wäre es so, als wäre es so automatisch besser, als würde er automatisch davon ausgehen, dass Twin Twister besser ist als MST. Und MST nicht mehr entspielt wird. Genau. Und deswegen war er verwundert und deswegen werden wir heute ein bisschen darüber diskutieren. Ist deine Meinung? Meine Meinung. Es ist, finde ich persönlich, themenabhängig. Ich persönlich finde jetzt aktuell im Cosmo, MST besser, weil du kannst mit MST dein eigenem Call schießen, du kannst mit MST deinen eigenen Cosmo Town schießen und somit dann halt noch Schiffe zu holen und so. Finde ich die Karte eher besser, weil es kann wirklich auch oft sein, dass du zum Beispiel jetzt MST einen Twin Twister von oben ziehst und du machst dann keine Karten mehr zum Abwerfen, das ist ja auch das schlechteste Top-Dick du machen kannst. Mit MST zum Beispiel kannst du dein eigenes Cosmo Town dann schießen und dir dann, keine Ahnung, Stormy oder so zum zum Beispiel. Dann hast du noch Optionen, aber wenn du halt, sag ich mal, mit Twin Twister spielst, dann musst du deine ganzen Schiffe abwerfen und die sind halt, ich sag mal so, Twin Twister ist auch noch gut in Kombination mit Duft der Gejagden oder Oase. Und ich finde sie persönlich so draw-abhängig und mir gefällt sie überhaupt nicht. Decks zum Beispiel bei Pepe ist sie ziemlich gut. Oder auch Decks im BA finde ich sie auch recht gut. Da schon. Bei Pepe weiß ich es nicht. Aber bei Pepe jetzt mittlerweile auch nicht mehr, da jetzt Zack mal weg ist und so. Ja, Ressourcen sind schon wichtig bei denen. Ja, die haben jetzt keine Karten mehr, die sich halt irgendwie in Grave aktivieren. Ja, zum Beispiel wenn du jetzt diese ganzen, diese ganzen Shreckenflare auf dem Friedhof abwirfst, dann kannst du ja dann wieder mit dem Dinosaur von Friedhof wieder Special, das ist zum Beispiel. Ja, aber das ist auch zu combo-abhängig. Ja, genau. Aber es ist halt eine Möglichkeit. Und zum Beispiel auch in Raidrafter ist ja auch ziemlich viel. Du wirst diesen einen da ab, der sich wieder selber suchen kann mit Twin Twister, machst du auch mit 1, auch ziemlich stark. Ja. Gegen welche Decks hättest du lieber Twin Twister? Gegen Back row Heavy Decks. Also vor allem jetzt auch, sag ich mal, im Mero Match. Wenn der Gegner mit Tinkin zwei Sets anfängt, hätte ich schon gerne manchmal echt einen Twin Twister anstatt nur bei einem MC oder so. Okay. In End Phase 2 dann zu schießen ist schon echt gut, ja. Aber wie Dennis schon gemeint hat, Twin Twister, du brauchst halt einfach Ressourcen, ja. Und das sind einfach Decks, wo du keine Ressourcen hast oder die du nicht verschwenden möchtest. Ja, in Cosmo, wie er meinte, ist es echt so 50-50. Auch, sag ich auch jetzt so. Kann gut kommen, wenn du natürlich einen Call oder eine Oase hast, ja. Viele spielen ja mittlerweile schon 5-6. Also, ja. Ich spiele zum Beispiel, ja. Also, drei Call, zwei Oase. Genau, ja. Und die ist auch situationsabhängig, wie er schon meint, wenn du sie von oben ziehst, kann auch echt gut kommen. Kann aber natürlich auch sehr gut kommen, ja. Es ist schwierig, im Cosmo zum Beispiel, im BA will ich nur Twin Twister spielen. Zum Beispiel. Ein bis zwei, je nachdem. Weil du einfach dann durch den Abwurf von deinen Karten wieder deine Ressourcen aufbauen kannst, ja. Da ist es besser. Eben Red Rock, das weiß ich jetzt nicht. Ja, meint natürlich das selbe. In Pepe würde ich sie nicht spielen, ganz ehrlich. Und im Cosmo, wie gesagt, das ist so eine 50-50 Chance, ja. Decks, ich weiß nicht, ob man sich gegen Pepe inwünscht, äh, Twin Twister. Da würde ich lieber MSC wollen, weil die wollen ja gegen dich. Also, wenn du Cosmo-Spieler bist, wollen sie ja meistens Iron Roll und, ja. Du wartest eh drauf, bis er die Iron Roll aufbaut, damit du MSC aktivieren kannst, um das Flatgate wegzuschließen. Deswegen finde ich, macht es überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt mit Twin Twister rein wolltest, weil da musst du halt zwei Karten verlieren, um eine Karte wegzuschließen. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass viele, ähm, viele gute Spieler, ja. Nicht zu viele verdeckt legen zum Beispiel, ja. Weil die Gefahr eines Twin Twisters zu hoch ist, ja. Jetzt auch die Cosmo-Spieler, die vielleicht jetzt nur eine verdeckt legen oder zwei. Und wenn er gegen... Gibt's sowas? Ich denke schon, ja. Ich, 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 ich lege auch nicht so viel verdeckt. Ja, weil einfach kenne ich gar nicht. Zum Beispiel, viele Cosmo-Spieler legen zum Beispiel C-Call verdeckt und ein, und ein Teleport zum Beispiel. Wenn der Gegner in den Endface dann Twin Twister gibt, ja, dann schaust du blöd. Da würde ich lieber den Teleport auf der Hand behalten. Ja, kommt halt viel besser. Ja, weil die Gefahr einfach zu hoch ist, ja. Und dadurch hat der dann, muss er dann noch eine Karte abmeißen, es steht aber nur eine Karte von hier, ja. Twin Twister kommt da echt nur gut, wenn du zwei Karten gegen dich zerstörst, ja. Dann hast du halt einen Ausgleich. Ja, dann ist er eigentlich genauso gut wie ein MST. Aber, ähm, es ist... Der MST ist einfach flexibler, der ist nicht so situationsabhängig, weil wir müssen eine Handkarte haben. Der MST kann auch so droppen und auch schießen. Ja, das stimmt schon. Also Handkarte abzuschmeißen ist eigentlich schon echt wichtig. Also, die Ressourcen zu haben auf der Hand vielleicht nicht richtig oder kann richtig sein. Ja, dann lieber ein MST. Ja. Ja, und wie ist das mit der Anzahl und Verteilung zurzeit? Also, wie viel würdet ihr spielen und Main oder Side oder würdet ihr sogar MST zum Beispiel im Main und dann noch im Side extra noch Twin Twister oder sowas? Also, ich spiele zurzeit MSTs im Sideboard, weil ich mit Cosmoto eigentlich schon fast, ähm, als MSTersart schon sehe, weil du kannst zum Beispiel jetzt, wenn du Dark Destroyer Endface machst, zum Beispiel mit Timken oder Slipprider. Ja, klar. Und dann auch noch Slipprider. Genau, Slipprider und Bandisch noch eine Sets, also das ist schon ziemlich stark. Also, das, ähm, sehe ich genauso. Du hast im Cosmo eigentlich keinen Bedarf auf MSTs oder auf Twin Twister, weil... Du spielst in dem sind eigentlich fünf Stück oder... Aber es gibt ja auch noch... Man glaubt, es kommen andere Leute, die spielen kein Cosmo? Genau, ganz schön. Ja, hab ich auf jeden Fall... Also, wenn ich wirklich aggressives PP spiele, würde ich schon mit Slipprider spielen, ehrlich gesagt. Weil die wollen ja so schnell wie möglich die OTK durchdrücken und schönes Fälle aufbauen und dann stört ihn halt sowas wie, ähm, Strike oder sowas oder Warning. Ja, hab ich auch schon gemerkt, ähm, in Nürnberg hab ich auch kein PP gespielt. Ja, äh, er fährt einfach so alleine ohne uns, er gibt nicht mal Bescheid, fährt einfach alleine im Turnier. Äh... Bist man nur am Rand jetzt, ja? Ja, also, ja, ich fang an mit Tinkle, drei Sets, zweimal Call, eine Warning. Er hatte keinen, er hatte keinen, ähm, Twin Twister. Und ich habe halt Warning auf die ganze Pendelum sammeln gemacht und er hat dann gleich zusammengepackt, weil er keinen Twin Twister hatte. Ja. Ist deine Meinung zwischen MST und Twin Twister? Kontraffang ich Tinkle. Zur Zeit? In Monarchen zum Beispiel? Du spielst drei Twister Main. Kam der gut heute? Er kam schon gut, also... Oder hättest du lieber MST gehabt? Ne, Monarchen ist Twin Twister schon gut, aber wenn du jetzt keiner auf dem Spiel spielst, ist MST besser. Was ist der Hintergedanke zwischen Twister? Weil du immer die Falle abwerfen willst oder irgendwas? Die Falle abwerfen, Idee er kannst du abwerfen, Backrow Back machen. Twin Twister sein wird man nie meistens, deswegen ist sie schon drin im ersten Spiel, da habe ich mehr Platz. Also drei Twin Twister ist schon gut. In Monarchen finde ich sie auch gut, weil die eigentlich auch viel zum Abwerfen haben eigentlich. Ja, so... In Monarchen würde ich vielleicht auch lieber Twin Twister spielen. Ja. Fazit? Es kommt, sag ich mal, auf das Deck drauf an, was man spielt. Auch, sag ich mal, die persönlichen Vorlieben, welche Karte man mehr mag. Es kommt auch aufs Deck an, wie gesagt. Also im Grunde genommen würde ich sagen, 50-50, wenn man mehr den MST mag oder halt, sag ich mal, Cosmo oder sowas oder spielt. Oder wenn zum Beispiel jetzt Monarchen spielt, da ist halt der Twin Twister besser. Das ist halt Deck abhängig und, sag ich mal, Players Preference, ne? Also, ja. Was sagst du, Tati, noch? Fast richtig, dein Englisch. Fast richtig. Fast richtig. Players Preference, ja, ja. Ich finde ich mir nur an, es gibt Stacks, wo Twin Twister noch besser ist, ja. Monarchen, BA zum Beispiel, PP eventuell, wie er schon meinte. Cosmo ist halt echt selbst, muss man sie einfach mal testen. MST immer noch sehr gut, Twin Twister ist sehr gut. Also, beide Karten finde ich an sich recht stark, ja. Und es ist einfach nur Deck abhängig und situationsabhängig, gegen was man auch schon muss. Auf jeden Fall. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet, welche Karte ihr davon besser findet. Ja, Mann. Ansonsten, falls ihr Bock habt, schaut vielleicht bei ihm vorbei. Falls ihr irgendwann mal wieder ein Video dreht. Ansonsten, bis dahin, leidet nicht. Oh, jeder, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seht mal, reiten, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite da. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.